Leute, ich weiß gar nicht, wo ich gerade anfangen soll. Ich bin richtig sauer auf meine eigene Community. Ich bekomme so viele Nachrichten von euch, dass das letzte Party-Royal-Update ein richtiger Schmutz war. Und nicht nur wenige haben das geschrieben, sondern sehr, sehr viele von euch. Ihr wisst ja alle, dass es ein riesiges Update auf meiner Party-Royal-Map gab und ihr könnt euch kostenlos, ohne Tresor-Code, ohne gar nichts, einfach eine OG-Pump in Gold kaufen. Und viele von euch gefällt das Ganze so gar nicht, denn, wie ihr sehen könnt, eskaliert es hier gerade komplett. Und deswegen bin ich hier gerade drauf und will hier für Ordnung sorgen. Und falls ihr auch für Ordnung sorgen wollt, auf meiner eigenen Party-Royal-Map, hier unten ist der Map-Code jetzt eingeblendet, geht schnell drauf und sorgt für Ordnung, so wie ich das Ganze jetzt mache. Und ich glaube auch nicht, dass hier unschuldige Leute einfach so gekillt werden. Das Ganze will ich jetzt auch testen. Deswegen bin ich undercover als Snowskin unterwegs. Ich habe meinen Namen schon ausgemacht. Ihr seht auch schon, dass richtig viele hier gerade Gold droppen, weil sie einfach untereinander Gold austauschen, um sich die Pump zu holen. Und ich höre hier die ganze Zeit Pump-Schüsse. Aber vielleicht schießt hier einfach irgendjemand in die Luft und alles ist gut. Und bevor ich jetzt nachschauen gehe, Leute, wisst ihr eigentlich, dass mein eigenes Lami-Bundle jetzt draußen ist, mein eigener Merch. Und ihr könnt euch diesen Merch jetzt kaufen. Aber ihr müsst schnell sein, denn das Ganze ist limitiert auf nur 333 Stück. Also schaut schnell nach, ob noch irgendwas da ist auf flakes.de oder klickt auf den ersten Link in der Beschreibung. Und jetzt will ich einfach mal nach da hinten gehen und gucken, was hier abgeht, Leute. Ey, das macht mich so sauer. Ich haue hier ein Update raus. Ich gebe mir richtig viel Mühe. Und ihr eskaliert dann komplett, obwohl ich gesagt habe, ey, versprecht mir, dass ihr nicht unschuldige Spieler killt und so. Aber, nein, da oben ist ein Travis Scott. Sagt mir nicht, der killt jetzt einfach so. Unschuldige Leute. Hier liegen jetzt einfach drei Pumps. Ey, ich bin einfach nett. Ich mache gar nichts. Warum killen die sich? Ich verstehe es gerade nicht. Warum killen... Leute, was ist da gerade passiert? Warum wurde ich gekillt? Und warum killen sich hier die ganzen Leute? Ich dachte, ich haue hier ein Update raus für meine Community, damit ihr Spaß habt. Damit ihr aktiv sein könnt, Gold sammeln könnt, euch gegenseitig Gold droppen könnt und einfach toxische Leute eliminieren könnt. Einfach für Ordnung sorgen. Und nicht, damit ihr einfach so rumschießt. Einfach so, wie ihr es gerade macht. Guck mal, ich mache hier gar nichts. Der hat jetzt gerade eine Pump. Ich mache hier nichts. Ich weiß auch nicht, wieso es hier komplett eskaliert, Leute. Ich verstehe das nicht. So viele von euch... Nein, 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 nein. Bitte, bitte. Hört auf, bitte. Hört doch auf damit. Was machen die denn da oben? Warum? Das kann doch nicht wahr sein. Ich check's nicht, Leute. Wie soll ich das Ganze machen? Ihr müsst mir jetzt mal in die Kommentare schreiben, Leute. Soll ich die Pump wieder rausnehmen? Die OG Pump in Gold? Soll ich die wieder rausnehmen? Ja oder nein? Schreibt's mir jetzt in die Kommentare und die Mehrheit gewinnt. Sollten viele schreiben, ja, ich soll die rausnehmen? Dann nehme ich sie raus. Solltet ihr schreiben, nein, dann nehme ich sie nicht raus. Aber mal gucken, was die Community hier entscheidet. Und ich weiß nicht, was hier abgeht, Leute. Ich verstehe es einfach nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ihr wollt erst in den Tresor. Ihr wollt den Tresor-Code haben. Ich mache den Tresor-Code richtig schwer und trotzdem wollt ihr es wissen. Jetzt habe ich die OG Pump einfach so drauf gemacht und ihr seht schon, es eskalierte komplett. Ey, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich könnte mir jetzt einfach hier ganz kurz eine Pump schnappen. Ich weiß nicht, ob ich es tun kann. Guck mal, er killt die ganze Zeit Leute hier. Er weiß gar nicht, was er tun soll. Oh nein, oh nein. Ich muss mich, glaube ich, erst mal jetzt healen, Leute. Ich muss mich erst mal voll healen. Das ist so ein Rat von mir an euch. Ihr gönnt euch jetzt hier erst mal den Strudel. So sorge ich immer für Ordnung. Und dann müsst ihr euch einfach voll healen damit, damit ihr erst mal 100 Schild habt. Ganz am Anfang am Spawn gibt es dann auch noch die goldene Banane, die ihr euch gönnen könnt. Oh, ich habe einfach 10.000 XP gerade bekommen. Einfach so, Leute. Ihr seht schon, XP ist ja auch immer noch aktiviert. Jetzt gönne ich mir hier noch die Banane. Und jetzt muss ich versuchen, hier irgendwie an eine Pump zu kommen und hier für Ordnung zu sorgen. Ihr seht schon, hier ist irgendwie jemand geriftet. Die riften ja alle. Ich gehe auch direkt mal rein und gucke mal, wo die hingehen. Wohin gehen die gerade? Wo sind die Schüsse? Was geht hier ab? Ich checke es nicht. Ich brauche unbedingt eure Hilfe, Leute. Kommt auf die Map. Sorgt für Ordnung. Schreibt mir in die Kommentare, wer hier Faxen macht und wer nicht. Ich kriege das noch hin, Leute. Ich kriege das noch hin. Aber es scheint so, Leute, als hätte sich das Ganze beruhigt. Ja, es schießt keiner mehr. Alles ist hier. Nein, 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 nein. Bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht. Alles ist friedlich. Ich mache hier so ein trauriges Herzchen. Alles ist gerade gut. Wir sind alle friedlich. Seht ihr, Leute, es klappt. Es klappt. Alles ist hier ganz normal. Hier weint sogar schon jemand. Guck mal. Hier weint sogar schon jemand. Ich muss mitweinen, Mann. Ich muss wirklich mitweinen. So geht das Ganze nicht weiter. Warum schießt hier jeder? Eigentlich müsste ich in den Sprachchat gehen und fragen, was hier abgeht. Warum die alle rumschießen. Soll ich das mal tun? Soll ich in den Sprachchat? Aber dann eskaliert es hier komplett. Okay, aber gerade? Vielleicht habe ich es ja gerade geschafft, ne? Oder wartet mal. Ich gehe mal nach da hinten und gucke mal, was die da machen. Denn ihr wisst ja, hier kann man sich die goldene OG Pump holen, wenn man hier zum Brunnen geht, dann nach rechts geht, zum Battle Bus und unten befindet sich dann hier ein Verkaufsautomat, wo ihr ein Jetpack bekommt. Das müsst ihr euch holen und dann müsst ihr da oben auf die Plattform. Und ich sehe auch schon, wo hier die Post abgeht, Leute. No way. Die machen da immer noch Faxen. Ist da irgendwo eine Pump? Ja, ja. Guck mal, die schießen da. Da ist der... Oh mein Gott, der Travis. Der Travis, der... Der macht komplett die Faxen hier. Okay, den muss ich mir echt mal vorknöpfen. Okay, wir gucken jetzt, was hier abgeht. Ah. Ich werde jetzt einfach hier chillen, Leute. Guck mal, guck mal. Guck mal, er killt einfach die ganze Zeit, Leute. Guck mal, was er macht. Guck mal, was er macht. Okay, mich hat er jetzt nicht gesehen. Aber ich weiß, der Travis Scott ist toxisch und killt einfach so ganz, ganz random die Leute. Ich gehe jetzt einfach mal nach da oben und gucke, wie viele Leute gerade in dem Geheimraum sind. Da kann man ja die Pump holen und zwar hier. Ich bin auch im Überlegen, ein neues Update rauszuhauen, wo ich diesen Knopf an eine andere Stelle packe, wo noch keiner weiß, wo sich diese Stelle befindet. Und dann weiß ja nicht jeder, wo sich der geheime Raum befindet. Aber ihr seht auch unten links, was da gerade abgeht. Einer killt einfach alle. Ich gehe jetzt mal hier in den Raum rein. Okay, hier ist keiner am Start. Das heißt, ich hole mir jetzt hier die Prop Gun und gehe hier wieder schnell raus, denn ich habe ja auch noch nicht genügend Gold. Was geht? Bist du friedlich? Ja, die will sich hier eine Pump holen, hat aber nicht genügend Gold. Ja, selber schuld. Ich glaube, du hast auch vorher die ganze Zeit geschossen, ne? Ja, 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 du willst Gold haben, aber nichts hier, nichts, nichts, nichts. Du bekommst gar nichts. Ich gehe hier direkt wieder raus. Und, okay, da hinten. Da hinten geht's ab. Wisst ihr, was ich jetzt mache, Leute? Ich gönne mir hier jetzt einfach Speed und jetzt bin ich komplett schnell unterwegs. Jetzt könnte mich eigentlich keiner treffen. Der Travis Scott ist hier noch am Start und der killt einfach willkürlich den ganzen... Oh, da. Da. Oh, nein, 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 nein. Hat er die eingesammelt? Ich glaube, der hat die eingesammelt. Ich kann hier die ganze Zeit rumrennen. Ich weiß nicht, wieso er das tut, Leute. Ich glaube, ich mache das jetzt, Leute. Ich gehe jetzt mir Gold cheaten. Ihr wisst ja, mir gehört die Map. Ja, das werde ich jetzt machen. Guck mal, der macht sogar seinen Namen aus. Oh, mein Gott. Der wird jetzt sowas von hops genommen. Soll ich auch den God-Mode aktivieren, Leute? Oh, wartet mal. Wartet mal. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich habe eine Pump. Ich habe eine Pump. Wartet, 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 wartet. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Nein. Meine Pump. Nein, 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 nein. Ich habe meine Pump verloren. Ich habe die Auslösung gedroppt. Okay, okay. Ich habe ihn aber gekillt. Let's go. Wir gehen weiter hier. Wir gehen weiter. Digga, habe ich gerade 50.000 XP für den Kill bekommen? Kann man das nochmal einblenden irgendwie? Habe ich gerade 50.000 XP bekommen? Für einen Kill? Den Travis Scott? Okay, das war krank. Da wird auch Gold gedroppt. Und die droppen hier sich... Ey, Digga, ich kann nicht mehr. Es eskaliert hier komplett, Leute. Es eskaliert hier einfach komplett. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Jetzt ist hier sogar nachts. Aber ich glaube, ich gehe mir jetzt einfach Gold cheaten und nehme hier jeden Hops. Guck mal, die sind hier schon AFK. Okay. Dann gehen wir mal wieder... Okay, da hinten schießen die wieder. Da gehen wir direkt mal hin, Leute. Guck mal, da oben sind die. Da oben. Ey, was geht? Ich will nichts machen. Ich will nichts machen. Guck mal, er sneakt. Ich bin ganz, ganz lieb. Du hast sogar den Jonathan Skin am Start. Ja? Ich bin ganz nett. Okay, das ist jemand Nettes, glaube ich. Der ist nicht toxisch. Aber warum... Warum schießen die alle? Ja, was geht hier ab? Was geht hier ab, Bro? Hast du vielleicht eine Pump für mich? Da kommt die... Oh, oh. Oh, oh. Der hat auch eine Pump. Was passiert hier? Okay, die schießen nicht. Aber da hinten sind welche am Schießen. Okay. Dann gehen wir, glaube ich, nach da hinten. Und gucken, was da abgeht, Leute. Wir gehen nach da hinten und gucken, was da abgeht. Digga, ich bin so, so gestresst gerade. Weil mir so viele von euch in die Kommentare geschrieben haben, was geht da ab? Bitte macht das Update rückgängig. Aber ich glaube, ich werde mir jetzt einfach Gold cheaten. Und dann werdet ihr schon sehen. Guck mal, guck mal. Die zwei gehören zusammen. Die teamen sogar. Digga, wie... Guck mal, guck mal. Wenn die mich jetzt killen sollten, wenn die mich killen... Guck mal, guck mal. Ich... Ich mach doch gar nichts. Ich mach doch nichts. Ich habe nichts getan. Jetzt wird sich Gold gecheatet. Und das werdet ihr natürlich erstmal nicht sehen, Leute. Wir sehen uns gleich. So, ich bin jetzt auch schon hier oben vor dem geheimen Knopf. Unten rechts könnt ihr es sehen. Ich habe mir Gold gecheatet. Wir gehen hier jetzt einfach rein, holen uns die OG Pump. Ich hab den God Mode aktiviert. Und jetzt werden die schon sehen. Wir laufen jetzt ganz cool. Einfach... Einfach ganz gelassen dahin. Mit meiner Pump. Okay, wo ist er? Wo ist er, hä? Ist das euer Ernst, hä? Ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? Schießt mich noch einmal an. Schießt mich noch einmal an. Los. Los. Traut euch. Traut euch. Schießt mich noch einmal an. Ja, trau dich. Wer schießt hier? Die Ruby? Macht die Ruby Faxen da oben? Macht die Ruby da oben Faxen? Ey, 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 ey. Oh, jetzt habe ich jemanden Unschuldiges gekillt. Die Ruby macht Faxen. Ach, Travis. Okay, du willst wieder eine Pump haben. Ah, okay, okay, okay. Ja, ja, ja. Ich glaube, wir wählen jetzt den Jonassi-Skin aus, damit jeder weiß, dass ich Flakes bin. Für den Renegade Raider ist jetzt keine Zeit, Leute. Wir brauchen den wahren und einzig wahren Jonassi-Benny-Boy. Ihr wisst schon, wen ich meine. Ich meine, ihn hier. Und jetzt weiß jeder, dass ich Flakes bin. Und keiner wird mir was antun. Wir werden jetzt hier durch die Gegend fliegen. Ja, ja, ja. Ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? Wer schießt da hinten noch? Ist hier irgendjemand noch am Schießen? Aha. Wer schießt hier gerade? Du? Ruby? Ach so. Jetzt droppst du hier deine Pumps, hä? Jetzt droppst du hier deine Pumps. Jetzt bist du hier auf unschuldig. Jetzt drehst du dich. Wer hat geschossen? Wer hat geschossen, hä? Ha, ha, ha? Wer schießt hier? Wer schießt hier? Komm. Alle rennen hier die Waffen hinterher. So ein Chaos habe ich schon lange nicht mehr erlebt, Leute. Ja, ja, ja. Ich hoffe, jetzt hält sich jeder hier an die Regeln. Denn hier gibt es kein Chaos. Travis. Okay, 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 ist das euer Ernst, Leute? Er wird, er denkt auch, er kann abhauen. Er denkt auch, er kann abhauen, hä? Ja, 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 Leute. Ich glaube, so langsam ist hier für Ordnung gesorgt. Guck mal, die Ruby, die hat so langsam gecheckt, ne? Die Ruby hat es gecheckt. Du darfst nicht rumschießen. Hast du das verstanden? Wir können sie ja mal was fragen, Leute. Komm mal mit, komm mal mit. Ich muss dir was zeigen. Komm mal mit mir mit. Für die Ruby habe ich jetzt was Besonderes. Komm mit. Für die habe ich was sehr, sehr Besonderes. Für die Leute, die checken, dass sie einen Fehler gemacht haben oder einfach nett zu mir sind, habe ich immer was Besonderes am Start. Komm mal her, Ruby, komm mal her. Denn jetzt fragen wir die Ruby, ob sie Creator Code Kuss, Kuss, in meinem Shop eingetragen hat. Oh, sie nickt. Sie nicken beide. Guck mal, die sind beide korrekt. Ghoultrooper und Ruby. Ihr wisst ja, wenn ihr meinen Creator Code im Item Shop einträgt, dann supportet ihr mich sehr und ich will Support zurückgeben und deswegen werde ich die beiden jetzt adden. Also, falls ihr auch geedit werden wollt, fragt meinen Creator Code ein und ihr werdet so geedit wie die beiden hier. Einmal die Ruby und ich weiß jetzt nicht, welche Ruby das war. Oh nein, es sind mehrere Rubys. Oh no, Leute. Aber einmal... Oh, mit dem bin ich schon befreundet. Hä? Warte mal, die Ruby, die muss hier mal ihren Namen einschalten. Schalte mal deinen Namen ein, Ruby, damit ich weiß, wer du bist und dann kann ich dich adden. Oh, Luca. Okay. Dann werden wir ihn direkt mal adden. Let's go. Und jetzt würde ich sagen, wir haben hier für Ordnung gesorgt und wir gehen jetzt hier wieder raus. Leute, das war's. Für heute mal gucken, was ihr dazu sagt. Update rückgängig oder nicht. Haut rein. Euer Flakes. Tschau.